Wenn du im Immobilienverkauf wirklich erfolgreich sein wirst, dann musst du zuallererst vorne, vorne bei den Ursachen, die Basis richtig legen. Natürlich wie immer der Preis, also Angebotspreis, die ganzen Objektunterlagen, das ist alles Handwerkszeug. Nur wenn du aber dir nicht darüber im Klaren bist, beim Verkauf einer Immobilie, wer ist die Zielgruppe? Hat die Zielgruppe Geld? Also wen möchtest du erreichen? Wer soll die Immobilie kaufen? Herzlich willkommen zur nächsten Immolution Podcast Folge. Heute wieder mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Heute auch ich mal alleine hier. Und zwar klare Absicht und Immobilie verkauft. Warum du beim Verkauf von Immobilien zuallererst mal eine klare Absicht brauchst. Was ich damit genau meine, das werde ich in dieser Podcast Folge hier genau erklären. Und wir steigen mal so ein bisschen ein mit vor allen Dingen einem Praxisbeispiel. Und weil ich höre immer wieder, ja, ich bekomme meine Immobilie gerade aktuell nicht verkauft. Und ich habe Probleme im Verkauf und die Immobilie ist in keinem guten Zustand oder der Kaufpreis ist zu hoch. Ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, warum eine Immobilie im aktuellen Markt gerade 2023 nicht verkauft werden kann. Und da frage ich natürlich immer dann meine Teilnehmer, als du den Auftrag gemacht hast zu dieser Immobilie, was war denn da konkret deine Absicht? Also bist du wieder auf der einen Seite als Auftragssammler unterwegs gewesen oder hattest du eine klare Absicht bei dieser Immobilie? Also wir fangen natürlich wieder bei den Grundlagen an, wie Preis und so weiter. Ich möchte dir aber heute ein ganz konkretes Praxisbeispiel zeigen, weil ich gerade mit einem Kunden von mir eine Immobilie, die mir angeboten wurde, also die ich verkaufen sollte. Und meine guten Kunden, die bekommen natürlich auch Gelegenheit, mit mir zusammenzuarbeiten, wenn ich denn über mein Netzwerk, über bekannte Freunde einen Immobiliendeal angeboten bekomme und ich nicht so viel Zeit habe. Dann sage ich, hey, lass uns das doch gemeinsam machen und wir können ein bisschen cooles Zeug machen. Und gute Kunden von mir haben dann dadurch die Gelegenheit, auch wieder Geld zu verdienen. Also ein kleiner Seitennutzen, wenn man bei mir im Coaching ist, dann kann das durchaus mal passieren, dass man hier mit mir gemeinsam einen Deal macht. Okay, gesagt, getan. Wir haben hier diesen Deal und wir haben den vorbereitet und der Kunde von mir, der liebe Sebastian, ziemlich cooler Typ und der hat die bewertet. Ich habe sie auch bewertet. Wir sind beide auf ein ziemlich ähnliches Ergebnis gekommen. Und jetzt muss man sich ja eine Sache vorstellen. Wenn man eine Immobilie verkauft, das wird euch in der Praxis da draußen ja auch, denke ich, so gehen, dann ist man entweder super safe, so super sicher, fühlt sich total klar, ja, das ist die Immobilie wert und so läuft das. Und dann gibt es aber auch manchmal die Situation, dass man nicht so 100 Prozent sicher ist. Also man baut so ein bisschen an der Bewertung rum und man versucht so unterschiedliche Wege zu finden, um dann auf diesen genauen Weg zu kommen, Wert zu kommen, sorry. Und das haben wir natürlich bei dieser Immobilie auch gemacht. Wir haben wirklich viel recherchiert. Es handelt sich um ein Neubau, beziehungsweise zwei Jahre Alter, also jüngerer Neubau sozusagen, nicht mehr Erstbezug, aktuell vermietet. Und natürlich ist der Markt gerade nicht so gar nicht so einfach. Und jetzt kommen natürlich so Seiteninformationen. Ja, und das ist gar nicht so leicht aktuell, so eine hochpreisige oder höherpreisige Immobilie zu verkaufen. Und jetzt ist eine Sache total wichtig, dass du deine Emotionen im Griff hast, dass du Sicherheit bekommst, dass du dich nicht irritieren lässt durch irgendwelche Informationen von außen, sei es vom Verkäufer, sei es von vielleicht Interessenten, die du hast oder Bekannten, vielleicht auch andere Makler. Sondern verlasse dich und das ist das allererste, was ich dir hier empfehlen kann. Verlasse dich immer auf die Fakten, auf die wirklich die Zahlen, die Daten und die Fakten. Und je mehr du davon beschaffen kannst, umso besser. Bei dieser Immobilie war es dann im Endeffekt so, dass ich historisch, also über einen längeren Zeitraum, und zwar über acht Jahre hinweg, den Markt analysiert habe, beobachtet habe, angeschaut habe, was geht da eigentlich ab, was läuft da. Habe ich ähnliche Immobilien, also auch zu den jeweiligen Zeiten Neubau, ähnliche Immobilien, um auf den Quadratmeterpreis zu kommen. Und dann kam ich nach allen Regeln der Kunst mit Ertragswert und so weiter auf den tatsächlichen Wert der Immobilie. Und der liebe Sebastian kam auf den ähnlichen Wert wie ich, was ziemlich cool ist. Also zwei haben den ähnlichen, fast identischen Wert ermittelt. Sehr, sehr cool. Jetzt haben wir das Ganze soweit vorbereitet. Also der Sebastian macht den Verkauf und ich habe das Objekt eingekauft, Alleinauftrag gemacht, zu einem korrekten Marktwert. Und dann habe ich folgenden Move gemacht. Dann habe ich gesagt, pass auf lieber Sebastian, jetzt lass uns doch mal genau exakt definieren, wer wird denn der Kunde sein für diese Immobilie? Also wer wird die Immobilie kaufen? Zu welchem Preis wird er diese Immobilie kaufen? Und was haben wir denn sonst noch für ein Ziel bei dem Verkauf? Bevor wir das aber getan haben, haben wir geschaut, so war es jetzt in dem Moment, just in time. Also wir wollten zwei Tage später die Immobilie im Markt droppen, also veröffentlichen. Was im Übrigen jetzt gerade mal ein paar Tage her ist, also ein paar Tage erst. Also wir haben jetzt, wenn dieser Podcast hier veröffentlicht wird, glaube ich den 5. Was haben wir denn? Den 5. Ja, den 5. 5. Ja, haben wir heute sozusagen zur Veröffentlichung. Und letzte Woche Samstag ist das Objekt veröffentlicht worden. Also zwei Tage, nachdem wir gesprochen haben, sollte es veröffentlicht werden. Und dann haben wir Folgendes festgestellt, dass genau im gleichen Haus, im gleichen Haus auch ein Objekt verkauft wird. Was aber schlechter ist, nämlich Erdgeschoss. Wir haben die Penthouse-Wohnung. Also Penthouse-Wohnung ist natürlich immer sexy, immer cool, also deutlich besser. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir nochmal rechnen. Wir schauen uns genau an, zu welchem Preis auch in der Querrechnung pro Quadratmeter wird diese Erdgeschoss-Wohnung verkauft. Auf welchen Preis kommen wir denn? Und da haben wir festgestellt, okay, zu dem Preis können wir gar nicht im Markt gehen. Das geht gar nicht. Das heißt, wir müssen tatsächlich mit einem anderen Preis reingehen. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt kommt der Punkt. Und dann war meine Aussage, ich habe gesagt, lieber Sebastian, das schreiben wir jetzt auf. Und zwar wichtig ist, dass wir es aufschreiben. Also wirklich schriftlich fixieren, was ist unser Ziel oder was ist die Absicht? Und dann habe ich gesagt, pass auf, kaufen wird erstens ein älteres Pärchen, die den Standort kennen, die etwas zu verkaufen haben. Ja, wir wollen ja einen Folgedeal haben, die etwas zu verkaufen haben. Und zu dem und dem Preis, in dem Fall war das jetzt, den sage ich jetzt mal nicht genau, den Preis, aber den exakten Preis genannt. So, das wird passieren. Das haben wir aufgeschrieben. So, jetzt halte dich fest. Am Freitag, letzte Woche, haben wir ein Seminar gehabt. Freitag und Samstag. Und an dem Freitag habe ich es vor 60 Leuten, vor 60 Leuten in unserem ImmoExpert Coaching Seminar, habe ich genau das gesagt. Sebastian hat bestätigt. Alle wussten Bescheid. Am Samstag geht das Objekt online. Und ich will es nochmal betonen. Es ist super wichtig, dass du dir bei jeder Immobilie, die du verkaufst, weil ansonsten wird das ein Spiel nach Versuch und Irrtum liegen nah beieinander. Du musst dir darüber im Klaren sein, was willst du mit dem Verkauf dieser Immobilie erreichen und formuliere es genau. Wir haben das getan. Ich habe es Freitag im Seminar wiederholt und habe gesagt, pass auf, wir schauen live, live, und das war nicht getürkt, nicht gefaked, live schauen wir herein, also hinein in diese Vermarktung, wie viele Anfragen haben wir bekommen, welche Anfragen haben wir bekommen. Und am Samstagmittag waren es bereits drei Anfragen, also nach kurzer Zeit hatten wir drei Anfragen. Mittlerweile sind es deutlich, deutlich mehr. Und die erste oder zweite, ich weiß nicht mehr genau, die erste oder zweite Anfrage war von, haltet euch fest, einem älteren Pärchen, die in der E-Mail schönen langen Text geschrieben haben, dass sie den Standort kennen, dass ihnen der bekannt ist, dass ihnen die Immobilie bekannt ist oder die Immobilien, die dort stehen, bekannt sind, dass sie etwas zu verkaufen haben und so weiter. Das heißt, es ist exakt das, was wir zwei Tage vorher definiert haben, ist eingetreten. Jetzt könnte man sagen, oh, ist ja ein totaler Zufall wieder, hahaha, lustig, lustig. Wenn man das so macht und es ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert oder geschieht, sondern es passiert jedes Mal, wenn wir es machen, wenn wir es schriftlich genau definieren. Du musst es aber aufschreiben. Das ist das Entscheidende. Also einfach nur so ein bisschen, da gibt es ja diese Wünsch dir was oder Wünsche ans Universum oder sowas, alles schön und gut. Der Punkt ist, du musst es schriftlich formulieren. Das muss dir klar sein, was du wirklich willst. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir nicht einen von diesen Kandidaten haben, sondern mittlerweile schon über zehn ähnliche Kandidaten, ähnliche Kandidaten, also die alle in die gleiche Richtung reingehen und wir jede Menge Anfragen, also jede Menge Nachfrage haben bei diesem Objekt. Und wir haben natürlich auch definiert, bis wann wir die Immobilie verkaufen wollen, zu welchem Preis wir sie verkaufen wollen. Das wurde alles klar definiert. So, das Fazit, was ich dir rübergeben möchte, ist, wenn du im Immobilienverkauf wirklich erfolgreich sein willst, dann musst du zuallererst vorne, vorne bei den Ursachen die Basis richtig legen. Natürlich wie immer der Preis, also Angebotspreis, die ganzen Objektunterlagen, das ist alles Handwerkszeug. Nur wenn du aber dir nicht darüber im Klaren bist beim Verkauf einer Immobilie, wer ist die Zielgruppe, hat die Zielgruppe Geld, also wen möchtest du erreichen, wer soll die Immobilie kaufen, dann hast du nicht das optimale Setup gewählt. Also Versuch und Irrtum liegen immer nah beieinander und je klarer deine Absicht, je klarer deine persönliche Vorstellung von dem ist, was passieren wird, also je klarer dein Bild, dein Picture, sage ich auch immer, ist, umso besser wird das Ganze funktionieren. Weil du wirst deine ganzen Marketingmaßnahmen, du wirst alles viel zielsicherer auf dein Ziel, deine Absicht ausrichten und dann wird es auch funktionieren. Ich kann dich nur einladen, es mal auszuprobieren, mal umzusetzen, weil du wirst einen Riesenspaß haben, weil je klarer deine Vorstellung ist und umso eher wird das, was du haben willst, auch eintreten. Das heißt nicht, dass nicht trotzdem Hindernisse und ein paar Sachen, die du überspringen musst, passieren können, gar keine Frage, aber der Punkt ist, je klarer deine Absicht ist, umso besser und so eher wirst du dein Ziel erreichen. In diesem Sinne, das war mir für die heutige Podcast-Folge sehr, sehr wichtig. Mach gute Deals da draußen, ja, fette Beute auf jeden Fall und wenn euch diese Podcast-Folge heute gefallen hat, dann schreibt gerne mal einen Kommentar, auch ob du schon mal selber so eine klare Absicht formuliert hast und festgestellt hast, ey, das funktioniert, ja. Dann einfach ab in die Kommentare rein, lass ein Like unter diesem Video und vor allen Dingen abonniere unseren Kanal hier, damit du kein Video mehr verpasst, ganz, ganz wichtig und folge uns natürlich auf den sozialen Medien, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn und wo überall sonst noch und wie gesagt, in diesem Sinne alles Gute und viel Erfolg beim Jede Menge Immobilienverkaufen. Vielen Dank.